Oh Krähenfels, wie grau sind deine Wolken? Sehr. Die Antwort ist sehr. Die sind wirklich sehr grau. Nie, weil sie dich hasst. So, das musste der haben. Äh, ich wollte erstmal zum Schmied. Erstmal zum Schmied mit euch, kann ich später noch handeln. Erstmal Leute schubsen und zum Schmied. Ich will meine neue Rüstung. Hoffentlich habe ich die nötigen Zutaten dafür. Das hoffen wir doch alle, oder? Wenn ihr Nein sagt, haue ich euch. Oh, ist hier was Neues am Anschlagbrett. Was haben wir denn da? Salben gegen verschiedene Brechen, ich glaube das kenne ich. Hündin hat geworfen, Bekanntenmachung. Wahrsagerei, ehrlich und hellsichtig. Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel... Wie bitte? Viele Jahre habe ich hinter mir und in jedem davon viel durchgemacht. Dafür haben die Götter mir die Gabe des Sehens gewährt. Ich kann übrigens auch sehen, ist nichts Besonderes. Welche Hand die Horn sehe, ich habe zugleich Visionen vom Schicksal der Hand ihres Besitzers und aller Dinge, die sie berühren wird. Also viel Masturbieren ist da wahrscheinlich mit drin, was du gar nicht wissen willst. Manche nennen es Häxerei und Widernatürlich, doch das ist nur eine Begabung wie viele andere. Mancher ist beim Schwimmen unschlagbar, ein anderer weiß trefflich zu fiedeln, wo die meisten der Geige nur gequietsche und gekrächtze entlocken. Wer sich nicht fürchtet, sein Schicksal zu erfahren, der besuche die alte Rack hier. Okay. Zwangseinberufung, da war nichts Neues dabei. Habt ihr es gesehen? Wieder nichts Neues dabei, wo ich in Irre geführt wurde von einem gelben Brett, das mir nichts brachte, außer Hass und Verwirrung. Äh, hier, Schmied. Wie kann ich helfen? Äh, mit verschiedenen Dingen. Pass mal auf. Kannst du mir nicht eventuell... Ich brauche eine Rüstung. ...so eine Rüstung zusammenkleben aus Resten. So, wir haben zum Beispiel Greifmann-Schuhe. Dazu fehlt uns Lederstücke und pulverisiertes Monstergewebe. Kann ich das, äh... Kann ich das bei dir kaufen? Ähm... Wenn ich jetzt auf die Farbe geachtet hätte, dann hätte ich eventuell... Lederstücke hast du. Du hast Lederstücke. Pulverisiertes Monstergewebe. Wo kriege ich das denn her? Na, ich muss noch kurz gucken. So, dann kann ich das vielleicht irgendwie herstellen aus irgendwas. Pulverisiertes Monstergewebe. Guck mal, Lederstücke kann ich herstellen. Kann ich was auseinandernehmen und daraus zerlegen? Dö, dö, dö. Ich gehe mal durch. Guck mal, daraus kann ich Lederstücke machen, zum Beispiel. Glasien. Nö, 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 nö. Ich muss mir das mal... Komm schon, pulverisierten Monsterrestkram-Dings da. Muss ich doch machen lassen. Da, Lederstücke. Guck mal, ah! Aus dem Leder Lederstücke machen. Da mache ich doch gleich mal mehrere draus, wie zum Beispiel 5. So, die sind gut für alles Mögliche. Ah, pulverisiertes Monstergewebe. Aus Geisterstaub. Da brauchte ich... Wie viel brauchte ich? Zwei? Ich mache mal vier. Egal. Einfach mal vier. So. Ha! Greifmannschuhe. Siehst du, wie ich die herstellen kann? Seht ihr das? Geil. Ja, dann mache ich die doch mal. Hexerausrüstung. Du hast einen Gegenstand aus einem Elite-Hexerausrüstungsset gefunden. Solche Gegenstände lassen sich verbessern, indem man sie mit einem Schema zu einem Handwerker bringt. Man sollte sie daher besser behalten. Äh, daher behalten auch dann, wenn man etwas Besseres findet. Ah, okay. Die kann ich später sogar noch verbessern. Find ich gut. Find ich voll gut, Alter. So, da ich möchte natürlich noch mehr basteln, wie zum Beispiel eine Greifenhose. Da habe ich sogar alle Zutaten. Tada! Und dann möchte ich natürlich noch eine Greifenrüstung. Da fehlt wieder was. Ein Hemd. Ein einfaches Hemd. Draußen ist eine Möwe. Dann kaufe ich mir ein Hemd. Ja, 139 Gold. Sicher, für ein Hemd. Für ein klammes Leibchen, das ich mir überziehen kann. Für einen Wams. Dongerada. Aber egal, ich will die Rüstung. Greifenrüstung. Tada! Und? Stiefel fehlen ja wohl auch noch. Greifen Stiefel. Oh, die kann ich auch schon hier erstellen. Sehr gut, sehr gut. Wie cool ist das denn? Und reparieren muss ich auch noch. Ist das mein Schwert? Und das ist mein Schwert. So, und jetzt? Muss ich den Kram mal anlegen? Leibwohl. Leibwohl, mein Freund. Löwe, er wohl. Und da muss ich gleich noch einen Schwertschmied übrigens finden. Einen Waffenspied. Weil ich ja noch die beiden Schwerter, die Greifenschwerter auch noch machen will. Aber egal. Pass auf. Hier. Greifenrüstung. Ich lege das dann mal an. Stiefel, Handschuhe. Und Hose. Na, wie geil ist das denn? Hey, das sieht gar nicht mal übel aus. Guck sich das mal einer an. Finde ich super. Ich bin jetzt schon begeistert. Quasi im Voraus. Oh, und ein meisterlich gefährliches Silberschwert. Da habe ich das tatsächlich ziemlich... Das macht ordentlich mehr Schaden. Rüstungsdurchbohrung. Plus Igni-Zeichenintensität. Weißt du was? Wird gleich mal angelegt. Das macht zwar durchaus mir ein bisschen mehr Schaden, aber... Nicht so viel mehr. Von daher... So, den Rest kann ich denn übrigens verkaufen, Herr Fergus. Wie kann ich helfen? Äh, indem du mir den Kram abkaufst. Den Schneid kannst du mir mal abkaufen. Das fände ich voll super. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ähm... Ja, komm hier. Weg damit. Temerische Rüstung. Nö, die brauche ich nicht mehr. Ich habe ja jetzt eine supergeile Hexerrüstung. Die ist viel besser als eure temerische Rüstung. Und besser als das hier alles. Guckt euch das mal an. Die ganze temerische Kram, der Rotz kann weg. Was haben wir hier noch? Einen gesehen. Ja, das kann man weg. Die Anfänger-Reparatur ist jetzt... Verkloppe ich mal. 13 kleine Igni-Glyphen. Ja, so viele werde ich ja nie brauchen. Leib wohl, mein Freund. Leib wohl. Oh, jetzt will ich auch die Schwerter dazu basteln. Jetzt will ich auch die Schwerter dazu haben. Das ist ja wohl selbstverständlich, oder? Die Frage ist natürlich, wo finde ich einen geschickten und gewieften Waffenschmied? Ich frage jetzt mal diesen Händler hier, ob der mir noch was abkaufen will. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja, na gut, wo ich schon mal hier bin. Zeig mir, was du hast. Ich hasse alles. Oh, da ist noch eine Gewinnkarte, die ich noch nicht habe. Äh, 70. Oh, gut, jetzt mal an. Milfgardisches Dings. Milfgardische Rüstung. Und warum ist die besser als die Greifenrüstung, die ich mir gerade aufwendig hergestellt habe? Tut das Not? Fragte er. Die ist tatsächlich besser. Was soll denn das? Die ist eine ganze Ecke besser. Ich habe mir gerade super aufwendig diese Greifenrüstung hergestellt. Aber, nicht vergessen, wir können die Greifenrüstung ja verbessern. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Aber, ich will jetzt diese Milfgardische Rüstung haben, weil die besser ist. Auch von den Boni. Mit krassen Resistenzen. Ähm, und die Milfgardischen Pferdeausrüstung sieht auch nicht schlecht aus. Weißt du was? Das wird alles gekauft. So, so, so. Dankeschön, das wird jetzt erstmal alles angelegt. Auf Wiedersehen. Milfgardische Rüstung, alter. Flop. Die Stiefel dazu, die Hose dazu, die Handschuhe dazu. Ganz ehrlich, sieht Schmuck aus. So in schwarz. Ja, kann man haben. So, der Sattel. 40. Der hat 50. Der ist schon mal besser. Satteltaschen haben 70, die hatte ich vorher schon, aber ich mach mal die auch noch mit dazu. Und so. Dann sieht das einheitlich aus. Und den Rest verkaufe ich. Ich muss ja mein Geld zurückkriegen vom Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ich will unbedingt einen Blick auf deinen Waren werfen, weil ich den super sexy finde. Zeig mir, was du hast. So, die Rüstung behalte ich, habe ich ja schon gesagt. Aber hier, Sattel und Dings und Dings kann ich verkaufen. So, was habe ich denn noch, was du haben kannst? Hier ein bisschen Silber, Bärenfell. Da kannst du dich auf dem Bärenfell schön ausbreiten vom Kamin und dich da drauflegen. Sieht voll sexy aus. Ein paar von Gemüfen hier noch. Ich behalte mal zwei. Kann ich da auch eine verkaufen? Und da auch eine. Reicht, wenn da auch zwei von über sind. Da auch. Was kann ich noch alles verkaufen? Ich will mein Geld schließlich wieder haben. Guck, 2000 hat er noch. Was haben wir hier denn alles? Bier kannst du haben. Fünf Sekunden Wirkungsdauer für die Oliven kannst du auch haben. Wasserflaschen behalte ich mal. Ja, das Ganze ist für die Säufer. Was ist eigentlich noch? Hier Bücher, das Massaker von irgendwas, Balladen und Hymnen. Eigentlich kann ich auch die ganzen Briefe hier wegkloppen, oder? Oder soll ich die behalten? Bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Ich kann auch mal hier die Dings, alles was fünf Sekunden Wirkungsdauer hat, weg damit. Das lohnt gar nicht mehr. Trank aus Tiernalia. Auch nur fünf Sekunden Wirkungsdauer, weg damit. Milch, guck mal, 30 Sekunden Wirkungsdauer, das lohnt sich. Rohes Fleisch, weg. So, hier an Zutaten haben wir auch noch was. Das ist ja... Oh, 60 Lederbänder, alter. Da kann ich gleich mal 50 von verkloppen. Leere Flaschen. Weiß gar nicht, wozu ich die hab, aber egal. 37 von den Pilzen. 25 von dem Schwergen-Snaps. Was haben wir noch? Mit Hist-Staub. Hier mit Juryten-Erz. Da können wir noch... Ich glaube, wenn wir 10 von irgendwas überbehalten, dann reicht das noch locker aus, um da irgendwas draus zu schmieden am Ende, oder? Ist doch so. Kann ich da noch einen von verkaufen? Und da noch vier. Ich mach das mal so, dass da... Wenn ich da 10 von über hab, von jedem, dann reicht das ja wohl, um daraus was rum zu... Daraus was zu schmieden, oder herzustellen, oder wie auch immer. Jedenfalls rede ich mir das verzweifelt ein. Ich will ja schließlich mein Geld hier wieder zurückkriegen. Das ist alles, worauf es mir ankommt. Das ganze Zeug ist auch nicht wirklich teuer, ne? Ich krieg da nicht wirklich allzu viel raus, wenn ich das verkaufe. Aber egal, man muss es versuchen. So, guck mal, davon haben wir noch ganz viele... Das läppert sich alles, ich sag's euch. Darf man jetzt auch noch einen haben. Oh, guck mal, das ist sogar viel mehr wert, 56. Zopp. Silbererz, das muss auch super wertvoll sein, theoretisch. Hier, feinstes Leinen, das muss super wertvoll sein. Aber das weiß der wieder nicht zu schätzen. Davon kannst du auch was haben. Ich zieh das jetzt durch. Ist mir egal, was die Leute denken. Hier, Mondsteinscherben. Nein, Mondscherben. Ach, das ist nicht mal Mondstein, sondern Mondscherben. So richtig Teile vom Mond, die runtergefallen sind und die ich jetzt hier verkaufe. Natürlich. Warum auch nicht? Was würdest du sonst mit Teilen vom Mond machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Praktisch gesehen, kann sie daraus höchstens ein Mondhaus bauen. Und jetzt wird's interessant. Jetzt will ich ein Mondhaus. Aber ich krieg ja nie, was ich will. Nicht mal ein verdammtes Mondhaus. Weißt du, ich hab mir schon mit vier Jahren zu Weihnachten hab ich mir ein Mondhaus gewünscht von meinen Eltern. Und was hab ich gekriegt? Ein Ferrari. Ja, ich wollte ein scheiß Mondhaus, aber für mich hört ja nie jemand. So, hier von der Passte kann ich auch noch was weg. Guck mal, hier sind es nur noch 1029, die der hat. Die will ich alle noch haben. Wahrscheinlich krieg ich sie nicht alle, aber egal. Ich mach mein Inventar ein bisschen leichter. Und krieg ein bisschen Kohle. Darauf kommt's mir am Ende an. Auf die Kohle. Weil ich sehr gierig bin. Sehr, sehr gierig. Wirklich. Ich hätte immer noch seine Finte da. Ich dachte, ich hätte die gekauft. Anscheinend nicht. So. Viel mehr hat er dann auch nicht. Hab ich dann auch nicht, um es ihm zu verkaufen. Dann behalt deine 1000. Ich komm irgendwann später wieder und nehm mir die auch noch ab. Wirst du ja schon sehen. Auf Wiedersehen. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo... Wo um drei Teufelsnamen in der Welt finde ich jetzt einen, äh, Schwertschmied. Also einen Waffenschmied. Erkennt man die auf der Karte? Da sehen die nur noch Schmieden aus, oder? Wenn der mir die überhaupt auf der Karte zeigt. Der zeigt mir die ja immer nicht. Ich muss ja erst da hinreisen und aufs Gerate wohl gucken, ob da wohl einer rumlungert. Und jetzt blendet mich die Sonne. Uh, trockenes Reisig. Das esse ich so gerne. Nein. Geh weg. Klebrige Kinder. Furchtbar. Geht mir bloß weg. So, wisst ihr, wo ich einen tapferen Waffenschmied finde? Guck, da zeigt der Anrüstungsschmied. Der zeigt mir das an. Ein Waffenschmied. Ein Schwarzzweig. Und ich habe gezweifelt. Ich, Pharisäer, zweifelte an meiner eigenen Vermutung, dass ich jetzt auf der Karte sehen könnte. Waffenschmied, wo bist du? Kuo war das Waffenschmied? Ach, da. Ah, ich sehe schon die Schmiede. Ah, gut. Die Schmiede vor sich hin. Ah, Herr Waffenschmied. Warten Sie doch mal. Gehen Sie nicht weg. Äh, schmieden Sie mir doch eine Waffe. Der Nude läuft vor mir weg. Das ist ein ungezogener Schmied. Äh. Hier, hier ist niemand. Hier ist das Symbol für einen Waffenschmied, aber hier ist niemand. Wenn ich raten soll, es ist schon 22 Uhr am Abend, hat er Feierabend. Ich muss, äh, muss mal die Nacht durchmeditieren. So, bis um sechs. Wäre doch gelacht, wäre das doch. Ich lache jetzt schon. Intensiv. Ach, guck, da ist er wieder. Schmiedilein. Sag doch mal, ich habe dich vorhin mit dem Hund verwechselt. Aber, äh. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Sag ja. So. So, 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 so. Oh, Wipier Silberschwert, war es das? Hexerausrüstung, ja. Oh, aber wie schlecht ist denn das? Guck mal hier. Minus 34, das bringt es ja gar nicht. Aber. Und wie war Stahlschwert? Aber. Das ist doch nicht richtig. Das muss doch, äh, ähm, 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 Greifen Hexerschwert sein, oder nicht? Oh, guck mal, das Schwert ist beschädigt. Das muss ich reparieren. Aber das muss doch greifenmäßig sein. Ist der etwa, ist der etwa nicht auf dem richtigen Stand? Das kann natürlich sein, dass der, äh, ich meine, auf dem richtigen Level oder so. Guck, Greifen Hose, Greifen Dings, heißt, es hätte ein Greifensilberschwert und ein Greifensstahlschwert da sein sollen. Aber es ist kein Greifenschwert da. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Ich glaube echt, der, der ist vom Level her nicht hoch genug. Kann das sein? Dass das nur so ein, so ein Low-Level-Dings ist? Oh, hier ist kein Greifen Dings. Hier ist ein Wiebersilberschwert und ein Wiebersstahlschwert, aber kein Greifen. Stahl- und Silberschwert. Und die sind sowieso, ja, Kacke, die will ich gar nicht haben. Und voll Low. Na, toll. Da muss ich noch einen anderen, äh, Waffenschmied aufsuchen. Ich gucke aber noch mal auf der Karte, ob mir da eventuell noch eine auffällt, den ich mal belästigen kann mit meiner Anwesenheit. Ich belästige mich selbst schon mit meiner Anwesenheit, was schlimm genug ist. So, ich zome mal weiter raus. Da sehe ich Symbole für eine Schmiede, aber Tisch des Rüstungsschmied. Keine Ahnung, ob da ein Rüstungsschmied ist. Da sehe ich auch einen Tisch des Rüstungsschmied. Oh, ich weiß, aber ein Erzdorf ist ein Schmied. Das weiß ich. Den habe ich, glaube ich, gesehen da. Ich reiße mal hin und, äh, frag ihn mal, ob er nicht etwas Reis für mich hat. Oh, eine kleine Schüssel. War der hier hinten? Oh, der ist aber Rüstungsschmied. Der ist ein Rüstungsschmied, ne? Nein, er ist ein Waffenschmied. Alles korrekt. Dings? Nee, hat auch nur Wiebern-Silber-Schwert und Wiebern-Stahl-Schwert. Kein Greifenschwert. Der ist wahrscheinlich auch zu low. Du bist so low, Junge. Sowas von low, dass du dich überhaupt raus traust. Oh, da ist noch was Gelbes am Anschlagbrett. Das gucke ich mir mal schnell an. Da ist gar nichts. Warum ist das gelb? Da ist nichts. Irreführung. Das ist ja eine Irreführung, die wir machen. Haben wir noch irgendwo eventuell? Ich gebe nicht auf. Ich will einen Schmied. Weißt du was? Weißt du, was ich mir gerade denke? Da muss doch ein anständiger Waffenschmied hier in der Stadt sein. In Ochsenfurt. Und da muss ich sowieso hin. Und in Nuvigrad ist es wahrscheinlich auch einer, aber da muss ich noch nicht hin. Und ich muss hier... Weißt du was? Dann gehe ich hier... Teufelsgrube. Das scheint nah dran zu sein. Und reise mal in die Stadt, weil ich ja sowieso dahin muss, um die Tochter des Barons dort zu finden. Da kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich schlage gerne Dinge. Ob nun Fliegen oder anderes Gesorts. Und dann geht es. Okay.